Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Johannes-Beret-Beer-Gelais. Das Johannes-Beret-Beer-Gelais ist ein galatartig verfestigter Fruchtsaft. Für ca. 5 Gläser werden folgende Zutaten benötigt. 800 g reife Erdbeeren 200 g rote Johannesbeeren 500 g Gelierzucker 2 zu 1 Saft einer halben Zitrone Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Untertasse, 2 Geschirrtücher, Messbecher, Küchenwaage, Stampfer, Schüsseln, Feinsieb mit einem Passiertuch ausgelegt, Schöpflöffel, Trichter für Gelee, 5 Schraubgläser, Küchenpapier. Zubereitung Die Gläser und Deckel heiß abspülen, klar nachspülen und umgedreht auf einem Geschirrtuch abtropfen lassen. Die Johannesbeeren von den Rispen abstreifen, heiß abspülen, kurz abtropfen lassen und in eine große Schüssel geben. Die vorbereiten, klein schneiden und in obige Schüssel geben. Beide Obstsorten mit einem Stampfer zerkleinern. Die Masse mit dem Gelierzucker gut durchrühren und eine Stunde rasten lassen. Eine leere Schüssel auf die Waage geben, die Masse genau abwiegen und in einen Topf geben. Sollte die Saftmenge nicht ausreichen, einfach mit Johannisbeersaft aufgießen. Den Topf mit dem Zitronensaft zügig aufkochen lassen. Sobald die Masse anzieht, nach ca. 2-3 Minuten, den dabei aufsteigenden Schaum mehrmals mit einer Schöpfkelle abschöpfen und testen, ob dieses Gelee, den geliertest, besteht. Sobald dies der Fall ist, den Topf vom Herd nehmen und, wenn nicht, das Gelee noch etwas länger kochen lassen. Das Gelee mit einem Trichter noch heiß in die vorbereiteten Gläserrand voll abfüllen. Die Gläser verschließen und für ca. 30 Minuten auf einem Geschirrtuch auf den Kopf stellen. Nach dem Abkühlen die Gläser verstauen. Haltbarkeit Dunkel und kühl lagern, so bleibt das Gelee ca. 1-2 Jahre haltbar. Das Glas nach dem Öffnen wieder verschließen und sofort wieder in den Kühlschrank stellen, Gefahr der Gärung. Ein Schuss Alkohol verbessert nicht nur den Geschmack, sondern verhindert auch noch die Schimmelbildung. Besonders lecker als Beilage zu Butter mit Brot und, oder Semmel. Diese Varianten gibt es Johannes-Beretbeer-Konfitüre Johannes-Beretbeer-Sorbet Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Die Zubereitung Vielen Dank.